Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und so an 11.19 Zipi, ein bisschen überspätet, aber Kopf hoch. Ja, ich bin hier reingetabelt, so, mal schauen, was ich denn nix dran für der Ball habe gemacht. Ja, ich, die vier Sachen hier eigentlich, aber irgendwie kann man Genosse das nicht anwählen. Oder weißt du, was ich habe, ist, wenn ich, äh, zum Beispiel mit dem Drescher geht es nicht, weil hier ist irgendwas mit dem Drescher. Aber, ähm, es geht nirgends vor. Ich habe ein Maschinen durchprobiert, sogar beim Radladen funktioniert gar nichts hier vorne. Also, äh, ja, ja, dann, weiß ich nicht, wieso, aber auf jeden Fall, ähm, ich würde mal zipi durch. Äh, das war's, Info, wie du dann kein CP-Video kommt, äh, mehr, weil das ist dann Bender, dieser Tutorial-Reihe von Curseplay. Ähm, ja. Sehr gut, dann bis zum nächsten Mal, haut rein, schönen Tag noch, und, jo, wir sehen uns dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen. Ciao. Ciao. Ciao.